Sodele, hi und servus miteinander. Ja, heute eine kleine Premiere, denn ich habe hier mein allererstes Messer von Messerfieber liegen. Und ob dieses Messerfieber eine ausgewachsene Pandemie wird bei mir, oder ob es vielleicht nur eine kleine Erkältung ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir werden das gemeinsam hier mal auspacken. Ich habe es nur aus dem Umkarton geholt. So kommt das Ganze an. Und dann wollen wir uns einfach mal anschauen, wie ist so der Ersteindruck von diesem Messerchen. Das Messer, das ich mir bestellt habe, heißt Scharfer Hase. Ich finde den Namen schon mal recht cool. Also Scharfer Hase. Liebe Leute, wenn ihr euch ein Messer bestellt, diesen scharfen Hasen, sagt eurer Frau, ich bestelle mir ein Messer. Sagt nicht, ich habe mir einen scharfen Hasen bestellt. Es könnte durchaus passieren, dass ihr die ein oder andere Ohrfeige abbekommt. Also, jetzt schauen wir uns mal das an. Das kommt so. Das Messer kannst du bestellen, entweder mit Kydex Scheide oder mit einer Lederscheide. Mit dieser Lederscheide, die dann hier so separat mit dabei ist, kostet das Messer, ich glaube 49,90 Euro und 5,95 Euro Versand oder sowas. Also inklusive Versand, sagen wir mal roundabout 55, 56 Euro. Und mit der Kydex Scheide, da liegt es irgendwie 20 Euro höher. Also sprich, dann liegt er mit Versand irgendwo so bei 76 Euro. Ich fand das Messerchen wirklich sehr, sehr hübsch und deswegen habe ich mir das auch bestellt. Ich dachte mir, komm, so eine Lederscheide mag ich in letzter Zeit auch recht gern. Bestellst du diese Lederscheide noch mit. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber zuvor holen wir mal das Messerchen raus, damit ihr seht, wie das denn grundsätzlich mal ausschaut. So, ja, also die Umverpackung finde ich eigentlich ganz cool. Also ganz hübsch gemacht hier. Und dann haben wir hier das Messer so drin liegen. Das ist es. Und ja, gefällt mir tatsächlich richtig gut. Hat so eine EDC-Fixed-Größe. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Hier unten liegt noch irgendwas drin. Das ist ein Patch. Lassen wir mal jetzt weg die Umverpackung. So, ein Patch von Messerfieber. Und das ist eigentlich auch ganz hübsch gemacht. Ein hübsches Logo ja auch. Und das Ganze ist so gestückt. Also finde ich cool. Also legen wir mal hier hin. So, dann haben wir hier einmal das Messer. Aber ich würde sagen, jetzt beginnen wir einfach mal mit der Lederscheide. Die Lederscheide macht so einen recht guten Eindruck. Also ich finde von Nähten her ist das absolut in Ordnung. Ja, wenn man jetzt näher dran geht. Also es hat so eine komische... Seht ihr diese Punkte da drauf? Ich weiß nicht, ist das vom Einfarben oder sowas? Ich weiß nicht. Aber insgesamt recht hübsch gemacht. Auch hier diese Messingnieten mit dran. Hier kann ich es an den Gürtel dran machen. Und hier habe ich noch ein Dengler-System. Hier oben dann eben mit so Druckknöpfen. Die funktionieren auch sehr gut. Also da kann man nichts sagen. Insgesamt vom Leder her, das ist jetzt kein ganz dünnes Leder. Also macht einen stabilen Eindruck. Ich finde die auch so von der Form her recht hübsch. Gefällt mir. Hier haben wir noch so eine Prägung drin. So ein bisschen und jetzt muss ich mal ganz kurz dran riechen. Ja, also so diesen typischen Ledergeruch hat es eigentlich nicht. Aber es ist definitiv Echtleder, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gehe ich mal davon aus. Aber es hat nicht diesen Geruch. Also als Alternative oder als Beispiel für diesen Geruch. Joker, ihr seht hier hängt das Bändelchen dran. Ich habe mir das beim Söldner Messerladen gekauft. Und die Joker Messer, die sind natürlich, oder die Joker Lederscheiden, die sind natürlich einfach schon richtig geil. Also hier ist Puko, legen wir mal schnell auf die Seite. Die sind einfach richtig, richtig geil. Die sind auch nochmal ein bisschen dicker vom Leder. Aber da ist die Verarbeitung nochmal ein bisschen massiver. Auch fest und trotzdem schön weich. Und was hier ist, du packst diese Dinger aus bei Joker. Brutal. Also das Ding riecht nach Leder. Das ist der Hammer. Also da denkst du wirklich, du bist irgendwie auf einem italienischen Ledermarkt. Also das ist immer. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ist aber, finde ich, auch nicht schlimm. Muss es als auch nicht. Natürlich, das Messerchen, wie gesagt, inklusive Versandkosten irgendwie 56 Euro. Und für das ist es alles gut. Alles top. Und wie gesagt, dann kann ich das hier eben auch wegmachen. Jo, das ist jetzt was, das gefällt mir optisch einfach nicht so. Es erfüllt den Zweck. Muss man ganz klar sagen. Aber da würde ich eine andere Lösung nehmen eher. Denn dieser Ring hier, das ist jetzt halt ein, ihr seht, das ist ein Schlüsselring. Ein ganz stinknormaler Schlüsselring. Da würde ich sagen, da ist sowas, ich nehme nochmal ganz kurz einmal, einfach nur zum Vergleich her, diese Scheide, diese Lederscheide von Joker. Und ihr seht es, das ist halt schon ein anderer Schnack. Also wenn ich das jetzt hier nehme, das ist halt aus Messing, passt halt optisch auch besser zu den Nieten nochmal. Hier haben wir halt einen ganz stinknormalen Schlüsselring. Wenn ich den jetzt abmachen möchte, weil ich ihn halt am Gürtel tragen möchte, dann muss ich ihn hier irgendwie durchpropeln halt. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, das ist wie so ein Karabiner. Und dann habe ich das halt innerhalb von Sekunden letztendlich hier entfernt. Und wenn ich es wieder anders tragen möchte, auch wieder innerhalb von Sekunden dran. Also das hier, das kostet sicherlich nicht viel mehr, wie so eine Variante, macht aber halt mehr her. Wie gesagt, erfüllt seinen Zweck. Aber die andere Variante würde einfach mehr her machen. Also Ahmed, falls du dieses Video siehst, Lederscheide, alles vollkommen in Ordnung. Das hier würde ich eine andere Lösung bevorzugen. Aber, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, macht es die Lederscheide schlecht? Nein, macht es das Messerchen schlecht? Aus Recht nicht. Das Messer steckt hier auch schön drin, auch schön tief. Und du hast hier trotzdem noch gut Fleisch, um das Messer dann zu ziehen. Warum habe ich mir das bestellt? Ich mag ja zur Zeit wirklich für den Outdoor-Bereich auch diese kleineren Messer recht gerne. So mit 9-10 cm Klingenlänge. Und ja, das hier ist letztendlich nichts anderes wie so ein kleines EDC-Fixt. Und da habe ich ja schon eine oder einige, so rum, unter anderem ja auch das hier. Eine Schönheit, muss man ganz ehrlich sagen, das M1. Aber das Ding kostet natürlich auch, ich glaube, 230 Euro. Und mit dem magst du auch kleine Schnitzarbeiten vielleicht mal machen oder sonstiges. Ansonsten nehme ich das für all die Tätigkeiten, die halt im Alltag anfallen. Mal ein bisschen Karton aufschneiden oder mal hauptsächlich zum Festbauen oder sonstiges eine Salami aufschneiden. Also für leichte Tätigkeiten. Und sind wir ehrlich, die meisten von uns sind ja jetzt nicht jeden Tag 24 Stunden draußen und in Anführungszeichen arbeiten tatsächlich mit den Messerchen, sondern das sind ja eigentlich eher so die leichten Arbeiten. Und für, ja, hartere Arbeiten, Batonieren oder sowas. Ja, also Entschuldigung, da ist mir sowas einfach ein bisschen zu schade für 230 Euro. So, und dann dachte ich mir, so ein kleines EDC-Fixt, aber eben nicht als EDC, sondern für draußen zum Mitnehmen, wenn ich einfach nur zum Wandern gehe, zum Beispiel mit meiner Family und das machen wir eigentlich fast jede Woche mal, dann möchte ich nicht immer unbedingt ein großes Outdoor-Messer mitnehmen, aber ich möchte vielleicht trotzdem ein Messer haben, mit dem ich schnitzen kann, mit dem ich batonieren kann. Und ja, das preislich einfach in der Kategorie liegt, wo ich sage, und wenn es Macken abkriegt und so weiter, dann ist es so, dann tut es mir nicht weh. Und deswegen habe ich mir dieses hier bestellt. Eigentlich wollte ich das mit weißen Griffschalen, bin aber irgendwie schon verrutscht, schon in der Bestellbestätigung habe ich schon gesehen, ah, ich habe jetzt aus Versehen doch Sand bestellt, macht aber nichts, denn ich finde die Griffschalen auch sehr hübsch. Die sind hier auch noch so ein bisschen strukturiert. Ihr seht das, finde ich auch echt hübsch. Die Griffschalen sind nicht aus G10, sondern aus T10. Kannte ich vorher noch nicht. Ich würde mal sagen, hat wahrscheinlich die gleichen Eigenschaften, geringfügig vielleicht anders wie G10, aber letztendlich vom Griffgefühl her und so weiter ist es dasselbe. Das Messer liegt wirklich gut in der Hand. Also ich finde es optisch auch wirklich eine richtig schöne Form. Und das Ding liegt tatsächlich wirklich richtig gut in der Hand. Vor allem, du hast hier richtig schöne, breite Griffschalen. Das gefällt mir wirklich gut. Und auch hier hinten, da ist also nicht mal ein Mühe, dass hier irgendwie was übersteht, eine Griffschale oder sonstiges. Ich komme mal näher, vielleicht kann man es erkennen. Das ist wirklich alles, alles sauber gemacht. Hier vorne am Fingerguard, da ist auch entgratet und ein bisschen scharf. Das ist jetzt hier bei dem M1, da ist es halt komplett rund. Das merkt man. Aber wie gesagt, kostet auch über das Vierfache von diesem hier. Und von dem auch gesehen, da ist jetzt auch nichts scharfkantiges hier vorne, dass es dir hier irgendwie wehtut oder so. Also alles, alles wirklich gut gemacht. Hier oben, der Klinge Rücken, der ist relativ scharf. Also ich glaube, Feuerstahl anreißen sollte hiermit richtig gut funktionieren. Auch das ist cool. Vom Griff her, wie gesagt, es liegt richtig gut in der Hand. Das Einzige, was ist, hier unten ist irgendwas, was mich so ein bisschen stört. Das ist aber hier nicht am Lanyard hole. Irgendwo drückt es hier ein bisschen rein. Ich meine, ich bin jetzt keine Prinzessin oder sowas. Und die schreit jetzt da auch nicht laut Aua oder sowas. Aber ein bisschen unangenehm irgendwo. Ah, okay, jetzt mal. Ja, okay. Das ist hier diese Griffschale. Die nicht. Das ist tatsächlich nur diese Griffschale hier. Da ist hier die Kante nicht gebrochen. Vorne alles gut. Links auch alles gut. Ja, das ist einfach hier. Da wurde es halt mal vergessen. Hier die Kante zum... Ja, hier unten auch. Ja, ich meine, geht mal einmal kurz mit dem Schmirgelpapier drüber. Es geht keine Minute. Und dann ist das abgerundet. Und dann ist das sauber. Das kann mal passieren. Das schützt aber auch nicht schlimm weiter. Aber man malt es einfach nur ein bisschen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch nicht immer so. Sondern wie gesagt, weil da ist alles sauber. Das ist wirklich tatsächlich nur diese zwei Kanten hier hinten, die da wahrscheinlich vergessen wurden. Also liegt wirklich schön in der Hand. Das Klingenfinish finde ich auch recht gut. Das ist so eine Art Stonewash hier oben. Aber schon fast schon so wie so eine leichte, ganz, ganz leichte Schmiedehaut oder sowas. So sieht das aus zumindest mal. Der Anschliff ist sauber. Das Ding ist, ja, ist gut scharf. Haben wir irgendwo noch ein Blatt Papier. Und schauen wir mal. Ja, wenn man es richtig treffen würde. Ja, jetzt komm schon. Na, was ist denn hier? Schau mal da. Na, was ist jetzt los? Hallo. Gerade eben war es doch so. Mega scharf. Jetzt hat hier. So. Also das Ding ist richtig scharf. Muss man ehrlich sagen. Finde ich cool. Also das gerade eben war wirklich meine Schuld hier. Das Ding ist wirklich, wirklich ratenscharf. Ich gucke mal schnell, ob ich noch ein Holz habe. Oh, da haben wir eins. Ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so ideal. Ist auch ein ziemlich, 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 ziemlich harter Brocken. Und hinter der Kamera ist sowieso immer schwierig. Ja, das ist doch rupsi. Ja, ihr seht schon, hinter der Kamera ist schwierig. Ja, also das Ding ist doch schön, schön scharf. Na, man kriegt hier schöne Locken runter. Also, ja, also gefällt mir. Gefällt mir alles in allem richtig gut. Vom Stahl her haben wir hier einen 1,41 16er Grupp Stahl. Ähm, ja, rostfrei auf 58HC gehärtet, glaube ich. Und, ja, es ist jetzt nicht der Wahnsinn Stahl. Na, also ich glaube, das ist ja das gleiche, wie wie Torinox an Taschenmessern einfach verbaut. Ähm, ja, also wird sich zeigen. Mit was kann man es vergleichen? Ich glaube mal, also ich würde den 1,41 16er vielleicht mal vergleichen mit einem 4,20er. Stahl, sowas. Könnte mir gerne mal drunter liegen, wenn ich da falsch stehe. Vielleicht auch mit einem 4,40er. Aber ich würde es eher so in die Kategorie 4,20er Stahl einordnen wollen. Und, ja, vollkommen in Ordnung. Also beim Back habe ich auch, der 4,20 HC. Ähm, mit dem bin ich super zufrieden. Mag ich gern. Na, lässt sich leicht nachschärfen. Und ich glaube, das ist hier dann auch der Fall. Und ich finde es eigentlich ein echt, echt cooles Messer. Ich finde es auch echt hübsch. Also es gefällt mir. Wie gesagt, das wird jetzt nicht das Everyday Carry, das sich jetzt jeden Tag im urbanen Umfeld mit rumschleppt. Da habe ich andere AK-One und so weiter und so fort. Das hier habe ich mir wirklich aus dem Grund gekauft, ein kleines Edicifix mit dabei zu haben, das ich im Outdoor-Bereich auf Wanderungen und so weiter mitnehmen kann, das unauffällig ist und nicht halt so ein Riesenbrügel ist. Sondern das kannst du dann hier, also das Ding würde ich hier wegmachen, den Dengler, auch wenn ich Dengler normal mag. Aber das kommt dann nicht ran. Den Schlüsselring, den mache ich auch weg. Und dann kommt es so in die Seitentasche von der Hose. Und dann ist das halt wirklich unauffällig. Finde ich cool. Schauen wir uns noch die Maße an. Wir haben hier eine Gesamtlänge von ca. 17 cm, also eine schöne Größe. Und eine Klingenlänge von 7,3 cm, also bis hierhin. Und davon geschliffen, jetzt gehen wir mal quer rüber, dann 6,5 cm. Also insgesamt ein wirklich cooles Messer. Gefällt mir für den Preis. Man muss immer den Preis dazu sehen. Für den Preis finde ich es top. Also, Achmed, hast du ein cooles Messer rausgebracht. Finde ich auch optisch schön, weil es optisch eben auch relativ schlicht ist. Und wie gesagt, von der Form her gefällt es mir auch recht gut. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann gerne vom Preis her ein bisschen höher. Dafür aber vielleicht ein N690er Stahl. So ein Böhler Stahl. Und was noch geil wäre, so ein N690 Böhler Stahl. Und dann Griffschalen so aus Jute Mikata oder sowas. Das wäre schon geil. Dann ist das schon wieder so schick, dass ich es wahrscheinlich als Everyday Carry tragen würde. Also, ich finde, so Jute Griffschalen würden dem Messerchen hier richtig gut stehen. Ja, und jetzt wollen wir das mal so ein bisschen testen. Und dann schauen wir uns das mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an, wie sich das so im Alltag schlägt. Wie das auch von der, wie es die Kante hält, ja, insgesamt. Ja, also, wie gesagt, das ist der scharfe Hase. Den wollen wir jetzt mal testen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten gerne auch ein Abo, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ich sage bis dahin, tschüssle, bye bye. Und macht's gut. Ciao.